My heart is a ghost town Alles klar raus Also nicht bei dem sondern ein Stück weiter Warte ich markiert ihn mal zirka da, schau mal Blaumarker zirka Dort über der Straße da ist ein Baum dort Weiß nicht ob da jemand ist Egal wir gehen direkt hin Ich bleib beim outen, gebt ja keiner Also beim Boot Mal schauen M42 alter Ah ne Lass ich drin und ein Dreierhelm Riech damit Hier ist noch 556er ammo drin Komm Digga komm Was weiter oder? Ja nimm die Muni mit oder so Kann ich nicht kann ich nicht Ist egal dann scheiß drauf komm Wo vorne hat es ein auto wieder ne Hast du es gesehen? Ja ich hab es gesehen Das ist gut wo wir da gehen gell Wollen wir da noch ein Haus looten? Ich werf nur ne smoke zur Ablenkung noch Willst du da mal nach ein Haus rein? Ne ne ist es ein bisschen zu gefährlich glaube ich Komm runter komm mit mir Komm runter Fabi Komm da Ist auch viel besser als da oben Und der SKS Extended Mac wäre nice eh Geh einfach geduckt hier dann wissen die nicht wo wir sind Geh geduckt man Dann sehen die uns nicht falls da wirklich jemand ist Weil man muss immer davon ausgehen dass da irgendwo wer ist Wo ist denn das Auto? Da vorne? Ah ne das ist ein Stein Ah ich dachte es mir auch Fuck Wir müssen jetzt auf jeden Fall ein bisschen weiter in die Stadt rein Go go Ist doch in die Häuser rein Ich glaube hier war niemand Alter hier sind alle Türen zu Ich hab das Gefühl Ich hab das Gefühl Links Schüsse Das ist klar ne Lass da rein Lass da rein Lass da rein kommen In diesen kleinen Steinhang Aber das Problem ist wenn die dann von oben kommen Wir sollten ein wenig ganz rauf gehen Ja die Zone kommt gell Naja wir sind noch drin Lass mal ganz rauf schauen weil dann sehen wir die Typen falls die kommen Die sind auch welche direkt im Norden Wo denkst du es nicht die Typen die müssen uns jetzt gleich entgegen kommen da vorne gell Ja Müssen sie Mir gefällt die Pose hier so nicht Wieso? So offen Komm zu dir Schau mal hinter mich Fabi bitte Schau mal hinter mich Ah seh nix Fast Ja aber die müssen doch da kommen oder? Ja Oder die sind da links Schau mal Fabi oder die sind da Schau mal Schau mal wo ich jetzt hin rein Da ist auch nix Vielleicht sind die gestorben Marcel oder so Das ist gut man hier Hier ist geil Die sind nicht gestorben Ich glaube eher hinten Wir müssen move'n Wir müssen move'n Komm Wir sind aber links am Hang entlang oder? Willst du nicht rechts runter da? Ja doch Die werden bald hin Lass rechts runter Ist egal dass runter da kommen Da sind wir jetzt eigentlich ziemlich geschützt Die können uns da von drüben abschießen aber Hinten liegen die Hinten liegen die Hinten liegen die Hinten liegen die Hinten Ah da am Hang oben Am Hang oben gell Schieß auf den linken Schieß auf den linken Ja deiner ist down Ja beide down alter die AK ist geil holy fuck Die AK ist ja richtig geil man Ich spiel nur mehr AK auf Distanz Ich hab früher immer M416 gespielt Ich bin so dumm Ich glaub ich hab unten Schüsse gehört Ich glaub ich hab unten Schüsse gehört Ich glaub ich hab unten Schüsse gehört Ja rechts unten ist auch ein Auto Da ist auch ein Auto Ja rechts unten ist auch ein Auto Ja rechts unten ist auch ein Auto Direkt hinter dir Lass hier rauf gehen Und dann rüber irgendwie Ich war hier noch nicht offen Ja ok perfekt schau mal Da gehen wir jetzt vor Ich hau mir jetzt mal einen Energy rein Den letzten den ich hab Komm mit Komm mit schnell Ich bin auf dem Weg Ich bin auf dem Weg Die da unten müssen jetzt ja auch Moven dann von dem Haus Du hast ein Auto dort beim Stein Siehst du den? Dort bei der Hütte? Dort bei der Hütte? Nordwesten Siehst du den? Der ist ein Airdrop für uns Der andere ist in der Hütte Wollen wir auf den Stein? Warte warte ich seh den nicht Wo denn? Bei mir Wo? Bei mir drüben Komm Warte Stein direkt auf Nordwesten Siehst du den? Ja Schießt auf den am Stein Eins Zwei Drei Gott Ist tot Nein ich stand drüber eigentlich ausgenutzt Der ist tot Komm Da ist aber vorne ist jetzt Dingsgeil Da ist ein Airdrop gewesen Das heißt da wird 100% sein Ja hörst du das? Und rechts unter uns Wir müssen nur hinter uns und unter uns aufpassen Warte kurz ich schau mal schnell Unter uns ist glaube ich nix Wo ist ein Airdrop? Nein nein komm mit komm mit Wir rennen da jetzt an den blauen Dings entlang Und gehen da jetzt in die weiße Zone vor Du bist nicht zum Airdrop Ne Scheiß auf den Airdrop Scheiß auf den Ich geh mal hin Ich geh hin Oben am Berg ist einer C1 Ja Hast du den Airdrop? Madkit Wieder nur Scheiße drin Ja Siehst du mich wo ich bin? Oben am Berg ist einer Ganz oben am Berg Da auf Ich seh ihn Schieß auf den oben Schieß auf den Dittich Ich seh ihn Wechsle grad dein Fosi Acht Oben am Berg 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 Der linke hat Hits wie Sau Der rechte Der linke hat Hits wie Sau Das ist ab nochmal Der hat drei Hits oder so Wir müssen Moven Gell Der heilt sich gleich Ah ich weiss Der heilt sich echt shit Was wollen wir machen? Das sind Nummer zwei Teams alive Gell Ich führte hier hin Wow 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 Das ist der Wichser Wir müssen hinter uns aufpassen Warte ich schau auf den grad Wir müssen gleich Moven In 30 Sekunden Der hat Headshot kassiert Der hat Headshot kassiert Der rechts Ausgenockt Jetzt hat er sich Ja er ist ausgenockt Der ist ausgenockt Der rechts ist ausgenockt Ich will hinten aufpassen Der rennt rüber zu ihm Der hat Hit kassiert Der ist rüber zu ihm gelaufen Geht schon move jetzt move jetzt Die heilen sich jetzt gegenseitig Die heilen sich schnell 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 Renn jetzt renn jetzt Der ist beim rechten Baum Da muss ja noch einer Vor uns müssen ja noch welche sein Irgendwo da vor uns Aber die da oben rechts beim Baum Die müssen jetzt dann auch Moven glaube ich Schaust du mal hinter uns bitte Und neben uns Warte mal Die müssen jetzt Moven Die müssen jetzt Moven glaube ich Ja müssen ja Die schießen von irgendwo drüben Komm mit Komm mit Komm mit scheiß auf die Scheiß auf die da drüben Ja wobei Einer ist ausgenockt Renn einfach weiter Renn einfach weiter Renn einfach weiter Da beim Stein oder so oben Beim Stein Digga Ich weiß wo die sind Ich weiß wo die sind Vor uns Genau vor uns Die rennen zum Baum vor uns Boah der hat Boah der ist ausgenockt Drei Hits halt da Bis du bin Am Stein rechts am Stein Am Stein Da rechts ist ein Stein Digga Da ist der letzte Da ist der letzte Das ist der letzte Eine ist ausgenockt am Stein genau vor mir Genau vor mir bei 75 ist Openfield ein Stein Und da sitzt er mit der M24 dahinter Ja siehst du ihn Er pickt Hast du ihn gesehen Ne vorne vorne wo ich hinschoppe Boah ich hab einen Hit kassiert Ich muss einen First Aid nehmen Da ist so ein kleiner Stein Warte Digga pass auf Pass auf Ne unten mitten Openfield Einer ist tot Einer nur noch Ich renne jetzt siehst du ihn Dort oben alter Ja oben Warte warte Ich renne rein Du deck mich kurz Ich heil mich Ich heil mich Warte warte chill Ich nehme gleich die SKS vor Ich habe eine Nade gehofft Ah die sind zu kurz kommen Kannst du auf ihn schießen der pickt links Ne ich seh nicht Einfach chillen Einfach chillen Einfach chillen Warte chill kurz ich versuch mal Ich bin in der Zone ich weiß nicht ob ich auch hin zu kommen Ich bin in der Zone ich weiß nicht ob ich auch hin da bin Ich ziel einfach auf ihn Ich ziel auch auf ihn Hard pick ihn einfach Ah fuck ich kann nicht mehr Es ist Smoke Ah ja kann ich ja noch Einfach abzielen Fertig Ja ja bin dabei Bist du in der Zone Digga Ne Move du mal Ich komm dann Ich komm dann Ich habe ihn lol 7 kills alter GG GG Winner winner chicken dinner my friend Winner winner easy Easy Yeah